Doch wo ist die Turmspitze denn? Laut Polizei haben unbekannte Täter sie zwischen dem 3. und dem 15. November entwendet. Wir stehen selbst noch unter Schock. Für uns kam die Nachricht auch gänzlich überraschend. Aktuell finden auf dem Dach der Bibliothek Sanierungsarbeiten statt. Das Gerüst erleichterte den kletterfreudigen und sehr starken Dieben die Tat, denn die Spitze ist ca. 2 Meter hoch, wiegt zwischen 15 und 20 Kilo, Wert rund 5000 Euro. Die Tat ist aus unserer Sicht verwerflich und durch nichts zu rechtfertigen. Es besteht die Hoffnung, dass es vielleicht doch ein übler Scherz gewesen ist. Und insofern haben wir auch die Hoffnung, dass der Täter die Täter Einsicht zeigen und die Spitze zurückgeben, denn wir wollen auf unserer UB die Originalspitze von 1905 weiterhin haben. Ob nun Metallliebe oder doch ein schlechter Studenten-Scherz zu den Ferien, die Hoffnung auf ein kleines Weihnachtswunder, hoffentlich inklusive Stern, bleibt also. Und wenn sie doch noch in einem Vorgarten ein Kronen sind,